Der Krüppel und der Keulenschwinger Es war einmal ein Fürst. Er hieß Cot Tabon, der Keulenschwinger, und behörschte das Reich Nongson, den Sumpf der Käfer. Sein Seeherr weissagten ihm, ein Mann solle in der Stadt geboren werden, reich an Tugend. Der Keulenschwinger fürchtete, dass jene Mann ihm den Königsschatz entreißen würde. Daher befahl er, alle schwangeren Frauen im ganzen Land zu fangen und zu töten. So wollte er Weissagung entgehen. Als er nach einiger Zeit seiner Seeherr abermals befragte, da antworteten sie ihm, der Tugendhafte ist schon geboren. Da befahl der Keulenschwinger, alle Säuglinge einzusammeln und ins Feuer zu werfen. Eines der Kinder jedoch blieb am Leben. Das Feuer umhüllte es, doch konnte es das Kind nicht verbrennen, denn seine Schutzgötter wachten über ihm und ließen es nicht sterben. So blieb es am Feuerplatz liegen und niemand achtete darauf. Am nächsten Morgen kamen Mönche vorüber, als sie auf ihrem täglichen Bettelgang durch die Stadt zogen. Sie sahen das schlafende Kindlein und hatten Mitleid mit ihm. Sie nahmen es mit und gaben ihm Reis aus ihren Bettelnäpfen. Als der Knabe größer wurde, sahen sie, dass das Feuer ihm Arme und Beine gelähmt hatte. Das Kind konnte nicht laufen, sondern saß auf der Erde und rutschte mit großer Mühe ein wenig auf dem knirschenden Boden herum. Da nannten sie das Kind Gregg. Als siebzehn Jahre vergangen waren, ließ der Keulenschwinger seine Seher wieder einmal wahrsagen und sie meldeten, dass der Tugendhafte nun eingetroffen sei. Der Keulenschwinger rief, wenn jener Mann auf zwei Beinen daherkommt, werde ich mit ihnen kämpfen. Kommt er jedoch durch die Luft, so will ich mich davon machen. Das Gerücht von der bevorstehenden Offenbarung des Tugendsamen verbreitete sich schnell durch die ganze Stadt. Die Bürger alle wollten ihn sehen und drängten sich in Gruppen durch die Straßen zum Platz vor dem Palast. Auch der gelähmte Jüngling, inzwischen siebzehn Jahre alt geworden, rutschte die Straße entlang, denn er wusste nicht, dass er selbst der Tugendsame war, von dessen Erscheinung die Seher geschwagig sagten. Als Prain, der Götterkönig, den Gelähmten von seinem Himmelspalast aus beobachtete, wurde es ihm warm ums Herz. Er verwandelte sich in einen alten Mann und, sein Pferd hinter sich herführend, kam er zu der Stelle, an der der Jüngling gerade ein wenig verschnaufte. Er rief, Holla, du Gelähmter, wohin des Weges? Der Jüngling antwortete, Ich will mir den Tugendhaften anschauen, von dem Geweißsagt ist. Prain entgegnete, Du bist an die Erde gefesselt und kannst nicht laufen. Wie willst du jemals hingelangen? Bleib hier, ich gebe dir mein Pferd, du sollst es am Zügel halten, bis ich wiederkomme. Dann werde ich bei dir berichten, was ich gesehen habe. Der gelähmte Jüngling gehorchte, zumal er schon ganz erschöpft war, von der Anstrengung des Weges, von seiner Wohnung bis hierher. Einverstanden, sagte er, ich werde bei deinem Pferd wachhalten. Prain gab ihm was Halfter und ein Päckchen und sagte, Erwarte mich hier, wenn du Hunger bekommst, so iss von dem Reis in dieser Büchse. Ich gönne ihn dir gern. Mit diesen Worten ging er davon. Der Jüngling blieb dort sitzen und bewachte das Pferd. Lange Stunden vergingen, aber Prain kam nicht zurück. Schließlich wurde der Jüngling hungrig. Er dachte, der Alte hat gesagt, in der Schachtel hier sei Reis. Er öffnete das Päckchen und begann zu essen. Dadurch pulste ihn plötzlich ein unbekanntes Gefühl von Kraft und Stärke, denn der Reis war himmlischer Zauberreis. Und in einem Fläschchen fand er Öl. Das nahm er und salbte sich damit den ganzen Körper. Da entfalteten sich der gelähmte Arme und Beine und die eingebrannten Wunden vergingen. Als er sich erhoben hatte, sah er die Machtzeichen des Königs vor sich in der Luft schweben und erkannte. Ich selbst muss der Tugendsame sein, von dem Gewalt sagt ist. Da nahm er die königlichen Zeichen und legte sie an. Er stieg auf das Pferd und schon hob es sich in die Luft und flog gerade in die Stadt hinein. Am Schloss des Keulenschwingers glitt es zu Boden. Der Fürst sah den Rächer kommen und bangte um seinen Thron. Er ergriff die Keule und schwang sie mit beiden Händen über dem Haupt. Aber er konnte den Jüngling nicht treffen. Die Keule entglitt seine Hand und flog auf in die Wolken und fiel im Reich der Millionen Elefanten zu Boden. Der Keulenschwinger musste fliehen. Der Tugendhafte regierte nun in der Stadt und gab sich den Namen Herr des göttlichen Pferdes. Das Volk aber rief ihn Fürst Kreck, weil er Kreck sein Name gewesen, als er noch als Gelähmter über den knirischen Boden rutschen musste. Der Keulenschwinger folgte seiner Keule und kam ins Reich der Millionen Elefanten. Der Herr des Landes fürchtete die Macht des Fremden und gab ihm seine Tochter zur Frau. Damit hoffte er, den Bösewicht zu besänftigen. Dennoch verließen die Befürchtung nicht. Der Keulenschwinger trachte nach dem Königsschatze des Reiches. Darum entschloss er sich, ihn töten zu lassen. Er wusste jedoch, dass der Keulenschwinger sich durch Zauber unverwundbar gemacht hatte. Jede Klinge würde von seinem stahlharten Körper ableiten. Darum ließ er die Prinzessin, seine Tochter, den Bösewicht aushorchen. Listig, fragte sie ihn, unsterblich bist du, nicht wahr? Und kein Mittel gibt es, dir das Leben zu nehmen. So bist du ein Gott. Der Keulenschwinger fiel auf die List herein und sagte, Jawohl, es sei denn ein Speer oder Spieß, würde mir von hinten in den Leib gebohrt. Dann müsste ich sterben. Die Königstochter vernahm es und hinterbrachte es ihrem Vater. Der König freute sich sehr, denn nun wusste er, wie dem Keulenschwinger herbeizukommen war. Er befahl seinen Leuten, ein Spieß zu holen und sich auf die Lauer zu legen hinter dem heimlichen Ort. Als der Keulenschwinger sich dorthin zurückzog, jagten die Knechte ihm den Spieß von hinten in den Leib. Mit seiner letzten Zauberkraft erhob er sich der todbunde Keulenschwinger in die Luft, denn im Land seiner Feinde wollte er nicht sterben. Als er in Nong Son, wo er einst geherrscht, zu Boden stürzte, war er tot. Der Herr des göttlichen Pferdes, der neue König, hatte Mitleid mit ihm und ließ seinen Leichnam auf dem Scheiter auf und verbrennen. An der Feuerstätte aber befahl er, einen Tempel zu erbauen, den Tempel der unschuldigen Opfer. Noch heute ist denn dieser Tempel in der Königstadt Ayutthaya zu sehen, denn Nong Son heißt heute Ayutthaya. Nong Son heißt heute Ayutthaya.